sehr freunde hier bin ich wieder hier ist euer mann der guten laune und wir sind richtig in schoenberg oder kurz vor schoenberg und leider kann man es nicht ganz lesen aber ich zeige es euch trotzdem mal ich lese es euch vor doch man kann es lesen ein bisschen es heißt jetzt tief durchatmen heilklima premium glas schoenberg ja was kann man sich jetzt darunter vorstellen heilklima premium glas schoenberg vieles oder auch nicht und wenn wir dann hierhin gucken da sieht man es nämlich besser hat der ton noch mal tief durchatmen bis zum nächsten mal in schoenberg ja wir sind richtig in schoenberg und zwar im luftkurort und da kann doch noch mal richtig schön durchatmen luft holen passt doch alles alles gut und dann möchte ich euch auch gleich was dazu sagen mini golf wir stehen nämlich kurz vor der mini golf anlage hier in schoenberg und mini golf hat sogar dieses jahr neue schilder bekommen bei schönem wetter ein erlebnis hier mini golf schoenberg die jetzt ihr seht es wunderbar und natürlich oben unser motto auch in schoenberg wir halten zusammen auch mit abstand vielen dank ja so soll es ja sein also wie gesagt das hier ist der tipp der bringer hier in schoenberg diesem sinne erstmal pipi pipi ich hab euch lieb